Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu diesem wunderbaren Video und zwar wieder extrem langweilig hier im Büro, deshalb haben wir uns folgende Idee überlegt. Wir haben hier einen ordinären Pfeil einer bekannten Hersteller-Spiel-Herstellerschaft. So, und dieser Pfeil ist präpariert worden mit einer Kleinigkeit. Jetzt haben wir uns gedacht, da leider Gottes jeder Kirmesplatz momentan zu hat und Tobi und ich tatsächlich damals von einem Riesenradhersteller großgezogen worden sind und wir das Gefühl vermissen, auf dem Jahrwerk zu sein, haben wir diese Ballonwand hier gemacht. In diesem Ballon sind verschiedene Aufgaben drin. Wir wissen selber nicht, was in welchen Ballon drin ist, weil wir die nicht gefüllt haben. Ziel ist es, mit dieser Waffe das Ding draufzuschießen und es ist Platz und dann müssen wir die Aufgabe machen, die da drin ist. Da wir aber nicht wissen, was da drin ist. Es sind positive und negative Sachen drin. Ich würde sagen, wir fangen einfach an und schauen mal. Wie gesagt, es geht hier primär eigentlich um das Ding der Aufgaben als um die Waffe hier an sich. Wir haben hier eine Schusslinie. Ich hoffe mal, das geht jetzt auch auf, okay? Also wir haben schon mal eins geschossen worden. Drei, zwei, eins, go. Oh, damn, bro. Wo ist der Zettel hin? Das ist hier unten irgendwo. Warum ist der so weit geflogen? Ja, also wir melden uns, wenn wir den Zettel haben, oder? Okay, wer wird gefunden? Nach acht Jahren. Okay, wir haben den Rennstetten. Nochmal schießen, aber zweimal. Okay, pass auf. Egal, was jetzt kommt. Entweder ist es gut und du kriegst das Doppelte oder es ist schlecht und du kriegst das Doppelte. Also ich dachte nicht zweimal schießen, sondern... Nee, einmal schießen. Aber die Aufgabe wird mal... Yo, what the f***, Alter. Direkt hier. Das war jetzt weder positiv noch negativ. Jetzt entscheidet sich halt. Nee, also jetzt war es natürlich... Gibt es den noch mal in den Zettel? Nee, ne? Ich glaube nicht. Doch, zweimal gibt es den. Aber sonst... Was machen wir? Wenn ich jetzt... Dann vierfach. Okay, ich würde sagen, drei, zwei, eins, go. Bänger. Na? Oh! Der Zettel ist wieder mal... Irgendwo habe ich es gehört. Och, dicker, nee. Och, nein, Junge. Hey, wie los. Hab ihn, hab ihn. Oh, Baby. Oh, oh, oh. Oh, Pippi essen. Der Pai. Was? Ach so, nee. Ein Tag an, geh von Revi. Ein Tag an, geh von Revi fahren. Für zwei Tage. Stimmt, für zwei Tage. Oh, das ist mega dumm. Hey, was ist das für eine sch*** Aufgabe? Für uns wäre cool gewesen. Ich hab ja jetzt dadurch nichts bekommen und nichts verloren. Ja. Zwei Tage AMG, wuuuuh. Schade. Du könntest natürlich auch verteilen, die zwei Tage. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die vielleicht Lust drauf hätten. Julius, was ist das? Hä? Arme nach Kolm. Liked das Video und kommentiert, ob ihr uns auf euren Geburtstag buchen würdet. Ob ihr uns... Oh, du hast jetzt den Stuhl kaputt gemacht. Hartenbruch, in die Kamera. Oh, nein. Wait, 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 wait. Okay, ich will jetzt keinen Müll erwischen. Mhm, mhm. Okay, Tobi. Okay, welchen nehme ich, Alter? Go get it, go get it. Oh, hab ich... Ah, meiner, nicht so gierig. Okay, was hast du? Oh nein, ich will nicht. VIP-Zimmer auf Madeira. Hals, Baul! Nein, 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 nein. Haben wir vorher schon drum gespielt? Kannst du mich noch erinnern? Ja, da ist was drin. Hä? Das haben wir vorher schon drum gespielt und ich hab gewonnen. Werden die Aufgaben gemacht? Hä? Werden die Aufkommen gemacht. Schade, es sind die harmlosesten gewesen bisher. Jo, das ist gut, let's go. Wir haben uns übrigens eben mit dem Ding selber mal abgeschossen. Es tut tatsächlich nicht weh, also das ist ganz wichtig. Nee? Nee. Oh, schade. Das war extrem wack von dir, Bro. Das war extrem schlecht. Das war seeeeen wack. 3, 2, 1. Oh Baby, jetzt kommt noch sie. Oh oh, Julian. Du wirst massiert. Oh nee. Jo, was? Warum schreckt der das denn jetzt? Julius, du hältst die Kamera, filmst dich selbst. Jeder macht die Seite. Ich film mich selbst. Das... Irgendwie tut das weh. Einmal die Kapuze aufsetzen. Einmal lachen wir jemanden dran, dann weg. Okay, nächste. Nein, ich bin dran. Nein. Du bist nicht dran. Ey, ich will jemand das Zimmer. Willst du das Zimmer? Ach nee. Oh, du kannst mir nichts geben dafür. Ich will mir nichts mehr geben. Nein. Au, du hast nichts zurückgebaut. Es ist immer ein Bein. Au. Oh oh. Quiz gegen jemanden, deiner Wahl. Das Gute ist halt, dass die ganze Geschichte... Dass du schon sieben Jahre mehr im Leben hattest und mehr weißt als ich? Nee, dass wir ein Machtgefälle haben. Weil jede Strafe, die du mir jetzt in diesem Spiel gibst, werde ich im echten Leben auf dich projizieren. Und meinen ganzen Unmut an dir auslassen. Das ist ja mein Psychopath. Das nennt man unfair. Okay. 230. Nee. Dann ist 1 zu 0. Schade. Okay, ihr müsst schnell buzzern. Das macht bei Schätzfragen eigentlich keinen Sinn, weil ich müsste... Na doch, also du darfst nur beantworten, wenn du einloggerst. Okay, gut. Dann die erste Frage. Wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft? Warte mal. Wenn jetzt der aber ne Zahl sagt und nicht nah dran ist. Ach, dann darf ich noch, dann darf der andere ne Zahl sagen. Deswegen sage ich, das macht ein Buzzer eigentlich keinen Sinn. Weihnachtsbäume pro Jahr in Deutschland. Ich sage, wir sind 82 Millionen Menschen. Nicht jeder holt sich Weihnachtsbaum. Ich schätze einfach mal so 25 Millionen. Darf er jetzt auch noch oder? Du musst jetzt nochmal drücken. Oh. Ähm. 25 Millionen. 2 Millionen. Ich sag, äh, 18 Millionen. Das sind 30 Millionen. Oh, wie gut. Oh, 1 zu 0. 1 zu 0. Es geht 1 zu 0. Ja. Ja, ja, ja. Kann jemand zum Beispiel Golf spielen? Ja. Gut. Wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? Oh. 340. Nee, nee. Falsch. Was sagst du? Ich sag 270. 336. Oh. Du hast verloren. Du bist raus. 2 zu 0. Also egal was du machst, glaube ich, ich werde heute noch sein. Ich mach mir mal Gedanken, bis zum Ende des Videos des Spiels erstmal weiter. Tobi ist dran mit Schiedschuh. Du kannst natürlich auch die Bestrafung. Adwenden gleich und auch dich eher übernehmen lassen. Nein, nein. Das nicht. Nein, das nicht. Okay. Shoot it, my man. Shoot it, shoot it. Let's go. Oh. Oh nein. Oh, wir hätten die Zettel nicht. Achtung. Kannst du bitte nicht so nahen wie der Spiel? Was ist es? Ähm. Let's go. Was steht da? Ich kann es nicht lesen. Oh. Was ist es? Digga, ich muss wie ein Hund aus der Schüssel trinken. Das Geile ist, wir haben so viele von diesen nicen Blastern. Stand Schuss. Oh. Oh Gott. Digga, die zieht so durch, ne? Und die hier, die Skub. Ist die nicht automatisch? Die ist automatisch. Schreibt uns mal in die Kommentare, aus dem wir diese ganzen Sachen machen können. Weil das sind alles Fortnite-Waffen. Die sind übergeil. Und wenn ihr Bock darauf habt, sagt uns mal. Die ist schon geladen. Was wir damit tun können. Ja. Wer warst ja? Ein Hund trinkt aber nicht von so einem Ding. Der Hund ist ja hier auf dem Boden. Der ist auf dem Boden, ne? Sinds. Ach. Du stehst ja drauf, Frau. Ja, ja. Genau so verstehst du. Ihr wisst ja gar nicht, was der auf Instagram immer schreibt mit den Mädels. Trink aus der Schüssel. Ist halt Farbe drin. Ich weiß gar nicht, ob das Gutes ist. Ja, ja. Die Farbe geht ab. Die geht nicht. Die Farbe geht ab. Die geht wirklich. Ich hab da Wasser rein. Die Farbe geht ab. Ein bisschen lauter Schmatzen. Der Hund saugt aber nicht so. Der macht mich mit der Zunge. Au! Die Aufgabe... Oh, gefällt dir das? Nein, nein. Ja. Gefällt dir das? Du bist überrührt bitte. Letzter Zeit. Juri, du bist dran. Alright. Ich fühl mich gar nicht gut. Ich hab auch Schmerzen. Tobi, jetzt hör mal bitte auf zu reden grad. Du bist der Kameramann. Du übersprich grad die dritte Wand. Das macht man nicht. Okay, wenn du jetzt wieder nicht triffst. Ah! Okay. Okay, komm Scharfschützer. Sag mal, Junge! Ein letztes Mal noch jetzt. Uh! Ist das jetzt der denn? Nee, oder? Nee, das... Gottverlade. Warum guckt ihr da auch nicht hin? So, Julius, you got it. You got it. Oh, erneuter Schuss aber auch doppelt. Oh, das ist voll schlimm. So viele Bestrafungen drin. Ey, ey, oh, ist... Oh, bitte ist das einer, was ich denk. Ein, der ist... Yo, you small guy. I sniper in my mind. Okay, gucken. Das ist der. Da. Oh, oh, baby. Jetzt ist gefährlich. Jetzt ist gefährlich. Soll ich vorlesen? Alter, der kann mit dick Profit haben, oder? Die anderen... Ja! Wir spielen das Ballspiel. Wir spielen das Ballspiel. Gegen mich? Nein, wir spielen das. Und du musst blechen. Was ist das Ballspiel? Ich will das Ballspiel nicht spielen. Nee, 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 nee. Komm nicht. Ich will das Ballspiel nicht spielen. Was habt ihr hier vor? Ich will das Ballspiel nicht spielen. Das hier ist Geld. Yo! Pass auf. Nimm dir die Bälle. Das hier. Also immer eine Null weg. 20 Euro, 16 Euro, 4 Euro, 5 Euro, 1 Euro. Wir gehen full in. Mit Auf, äh, Dings, ne? Mit Aufsack. Mit Auftrumpfer. Sebastian, wir können hier dick rausgehen heute. Ihr könnt, ihr könnt aber... Ah! Ah! Oh, bitte. Oh! Sebastian! Ah! Ah! Du hast kein Geld gemacht. Triff bitte, Alter. Ah! Ah! Bitte einen, ich will wenigstens einen Pfanny. Hey, der hat geschubst. Der hat geschubst. Hey, 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 hey. Wiederholung. Wiederholung. Deine Worte haben euch angezeigt. Ja! Ah! Neu Euro. Ich hab einen Euro. Ist das nicht doppelt? Du hast doch davon den doppelten gezogen. Ja, das ist... Kannst du noch nochmal drei werfen? Oh, nein, 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 nein. Das ist die Bestrafung. Zeig mal rein. Die Bestrafung ist das. Wir werfen dürfen. Oh, Baby. Nee, weil ich hab noch einen. Nein! Scheiße, das ist also dumm. Eins. Zwei. Uh! 14 Euro. Let's go! Ey, wir haben 15 Euro schon mal. Der Arme. 28. Wie gloppelt. Wir dürfen 10 mal werfen. Okay. Ich finde das Spiel nicht so geil. Oh! Ah! Wieder ein Euro. Was ist das? Oh nein. 120. 18. 12 Euro. 14 Euro. 14 Euro. Wir beide! Ich hab kein Geld. Oh nein. Boah! Der war clean. Der war schön runtergeschossen. Oh, ich lach mal am Sniper in. Achtung, du trittst auf den Pfeil drauf. Hier werden die Augen verbunden. Oh, so eine Bestrafung. Das ist furchtbar. Du musst dich hier hinstellen. Drei Sekunden und du weißt nicht, was wir mit dir machen. Du musst dich hier hinstellen. Du musst die Augen verwenden. Das ist doch nicht schlimm. Wir können dir mit dem Wind schwächen. Wir können dir... Ihr werdet mich doch nicht umbringen. Ja, aber alles haben wir euch gesagt. Haha. Okay. Kann ich mich nicht hinsetzen? Ja, komm, du auch. Hier, Hand of Blood. So, ich tue jetzt mal so, als würde ich ihn knoten können. Das ganze Gesicht ist... Ja, das soll ja auch. So. Achtung. Der Timer läuft ab jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Warten, Wurfen. Was? Ich mache einen Zaubertrick vor dir. Ich habe gerade gezaubert. Ich habe gerade gezaubert. Mein Hälfte ist runtergefallen. Aua. Du bist ein Biest. Du bist ein Biest. Verpiss dich, Alter. Hör auf. Okay, drei Sekunden sind um. Aua. Du hast es in den Napf geworfen. Echt? Fum. Pum. Eine meditative Erfahrung. Oh la. Shoot it in. Oh. Will ich vorlesen? Ja. Ballspiel. Revi darf deine Schwester... Oh Baby. Oh Baby, das ging. Ich darf das Ballspiel spielen, aber ihr müsst dafür bezahlen. Ihr teilt euch das Geld, dass ich gleich gewinne. Dreimal, oder? Wieso zahle ich heute? Drei Würfel, ja. Let's go. Weeeee. So Baby. No. Oh. Fünf Euro. Ah. Sechs Euro. Nee, gar nicht. Elf. Warum sagst du das? Zwölf. Das müssen wir bezahlen. Zwölf. Geil. Ey, ich krieg 26 Euro von euch. Alter. Okay. Will ich so schießen? Schaffst du niemals an, was du treffen? Ich geb dir jetzt fünf, aber wenn du schaffst. Echt? Ja. Ah. Ich hab getroffen. Eieieieiei. Ja, Julius. Oh ne. Okay. Das ist ein Minigame für alle. Heiße Kartoffeln. Das ist ein schönes Spiel. Wir brauchen drei Stühle jetzt. Nee. Doch. Okay. Also heiße Kartoffeln. Ich stell jetzt den Timer auf dem Handy. Eine Minute. Auf eine Minute und 20. Okay. Und wenn die heiße Kartoffel in der Hand explodiert, wenn der Timer abläuft, der hat verloren. Und der wird von beiden richtig harte ... Jetzt haben die Leute jetzt nicht gehört, aber ... Drei, zwei, eins. Timer läuft. Du musst hier einfach nur weitergehen. Du kannst dir auch so lange halten, wie du willst. Ja, okay. Ein bisschen hin und her geben wäre vielleicht cool. Diei! Ja, voll schlau gewesen mitzuzählen, ne? Nein, das kannst du nicht mitzählen. Das ist ja die andere Zeitzone in der Mitte-Europäischen Zeit. Ich werde hier behindert. Langsam wird's knapp. Oh oh. Die Zeit tickt. Die Uhr tickt. Hast du Sound angemacht? Ja. Oh, hat der Eier. Das ist für ne ganz schön lange Minute. Lehrimme ist 없어요. Oh oh. Musikíve Mongin. Alios! Ihr müsst euch in die Hand nehmen. Julius. Mach's mal richtig. Du musst dir anfassen. Ich muss die Hand nehmen. Ah. Ah. Gott, ich erkallt. Ooooh. Oh Gott, der Druck! Der Druck ist immer anders! Oh Gott, warum macht der denn das? Julius! Stopp! Ey, Julius nimmt sich in die Hand! Julius hat immer nur so gemacht! Ihr auch? Das stimmt! Hä? Das stimmt nicht, du hast... Und, was hat der jetzt? Exkludiert die Kartoffel! Neben deinen Ohren, lass den Trommel... Oh, oh, oh! Oh mein Gott! Nein, nein, warte! Das ist der Banger! Das ist der Banger! Mach doch! Mach! 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 Und zwar ist drinnen... 1 Euro und 3 Euro Lieferkantunggutschein! Yay! Du rutschst nicht, das ist sowas geordnet! Ich bin so froh, wenn wir wieder auf Madeira sind, damit wir wieder normal vloggen können! Dieser sch... Lockdown kotzt mich so an! Julius, alles Gute dir an der Stelle! Der hat verloren, ist meins! Du hast verloren! Leute, ich würde sagen, wir hoffen für dieses wunderschönen Video! Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da! Und schaut auf jeden Fall gerne bei uns alle auf Instagram vorbei! Folgt mir voll... Folgt mir voll! Haut rein, ciao! Ciao! Heiße Kartoffel! Ach du, Julius! Ach du, du willst? Du bist verrückt mir mit, du willst! Ach du… Du bist ganz sicher, ich bin ja nicht! Du bist ein bisschen, ich bin ja nicht! Das ist das, was du haste! Du bist die Hürgge! Du bist eine Hürgge! Bis zum nächsten Mal.